Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Awesome Strike für Garry's Mod zusammen mit Julia, Anne, Krebs, Good Gaming, Kapuze, Vita, Granz, Julia... Ach toll, jetzt haben die Teams gezählt, sehr vielen Dank. Genau in dem Moment, wo ich gerade rübergegangen bin, wechseln die Teams. Vita, Nightshade, Goro und jetzt fahren wir alle glaube ich. Jetzt stimmt die Skin noch nicht rüber. Ich dachte, die Teams haben Auto-Balance, der ist egal, dann los. Okay, jetzt wird's los. Och, hey Jemi, nee. Übrigens könnt ihr mit Godspeed, glaub ich, mit Alt anmachen. Ja, mit Alt. Barrel on the stick, Barrel on the stick is incoming. Nee, jetzt hab ich Speed Mastery. Barrel on the stick, day little day... Barrel on the stick? Barrel on the... Barrel on the stick! Oh, ich bin im LSD-Mode gewesen. Barrel on the stick, ja. Barrel on the stick, ja. Blau, Nancy, ja. Barrel on the stick ist einfach nur Schwachsinn. Ey, Craps, stell dich einem fairen Duell. Mit Schwachsinn mit Schwachsinn drauf. Ich hab... Barrel on the stick, hier kommt Barrel on the stick, Leute. Du Blocker, du... Cockblock für alle. Wo sind denn hier die Blauen? Ich bin ein Raver. Nein, 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 ich wollte doch meine tolle, meine tolle Attacke wählen. Was ist das gewesen? Oh, da ist Craps. Ah, shit. Na, du fress dich. Railgun! Bitte, komm her. Die Railgun ist aufgeladen. Bitte, komm her, mach dich fertig. Ja, 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 ja. Tja, oh. Oh, yes, ja, gut gewacht. Ich komm mit dem Duell. Da mischt er sich ein. War ein Cockblock, ey. Wir müssten mir Backup geben mit der Railgun, dann kann man sich nicht drehen. Da kommen sie! Oh! Barrel on the stick, schnell! Oh, scheiße. Ich hab jemanden abgestochen, ey. Ich hatte keine Lust mehr. Revive mich doch, wer ist das? Screwify! Revive mich! Die haben irgendwie wieder stirbt. Gute Monster! Nein! Wer kommt denn da um die Ecke hier? Ich komm mit und heil euch. Jensi! Jensi! Müsst mich wiederbeleben! Oh, mit dem Fall, ey! Ja, ich hab hier aber mit dem Dodgeball gekäht. Welche denn? Beleb mich wieder! Nein! Ich würde den Dodgeballen! Ja, Moment! Nein! Ich hab mich selbst gedgeballt. Wo seid ihr denn alle? Was ist der Awesome Launcher aus? Ich hab die Milchpackung angegriffen Ah der Awesome Launcher Ich hab auch neue Waffen ey Ich roll die Mitte hoch Leute Ich bin die Kugel Ich weiß überhaupt nicht was ich mache Du stehst hier aber immer noch da du ne? Ich weiß Ah Dalu Hier ist noch ne Kugel weg da Er will explodieren Komm her doch Ein Schwert Duell Vita Ich bin ein echter Highlander da Angebummst hab ich dich Oh Julia Ey ist das hier Inferno? Das ist Inferno ja Und jetzt Die kenn ich noch aus alten Zeiten Ich will das auch machen Kapuze drehen wir um Ah da ist Vita wieder ein unfaires Duell Kapuze! Barrow on the Sting! Ich muss nachher sagen Ah der Schlingel hat sich Unterstützung geholt Ich hab zu Barrow on the Sting Ich hab zu Barrow on the Sting Ich hab zu Barrow on the Sting Wie kannst du nicht einfach Nähdchen dir vorbeilaufen? Wo ist denn das Barrow on the Sting? Wo ist denn das Barrow on the Sting? Also wenn die nicht vorbeilaufen Na klar kein Vita Was ist denn das? Da rennt wer Da rennt wer Da rennt wer Bulverisieren Bulverisieren Da ist doch der Vita wieder Hattest du auf mich abgesehen Wir haben mehr Kids glaub ich in der Zeit Wuhu! Ah Moment wir können wirklich die Bomben Moment wir müssen einfach ne Bombe Guck mal was ich hier in der Hand hab Jungs Hast du die Bombe? Einer muss die Bombe mitnehmen Nein Ich hab hier sowas Wir müssen ne Bombe mitnehmen Achso ich hab keine Bombe Ich glaube ich hab eine Wo seid ihr? Ja ich hab eine Wieso habt ihr alle diese komische Kiste? Oh crap soll das tun sein Die ist super Na warte Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Gut ob wir jetzt sind hier Hier ist ein Bombenplatz Wenn du mir sagst wo du die Bombe gefunden hast Dann weiß ich dir wo der Bombenplatz ist A Unter B Bombe Warum hast du so witzig mit Barrow on the Sticker legen Junge? Komm her Nein Mein Schwert ist besser Craps Dein neumodischer Kram ey Hiss es auch Mann Heb mich auf Wo denn Bombe? Am Grabstein eh drück an meinem Dein neumodischer Kram ey Das bringt dir gar nichts Ah ich bin schon wieder weg Wo ist die Bombe Leute? Ich brauch die Bombe Ich brauch die Bombe Warte 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 Nein Wie heißt die Bombe? Heißt die Bombe? Ne Detonation Pack ich hab's Fürsitz Kapuze Boah Boah Scheiße Witter Klär Was warst du A oder B gelegt? Gebt und legt euch dich mit Barrow on the Sticker So nicht So nicht Freundchen Du sagst du Wer hat ein Barrow on the Sticker ey Zeig dir ja nicht Ja Julia Ja 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 Wir machen Barrow on the Sticker Wer ist da? Ah Aber schau hin Ich hab nur wenigstens noch ein sinnvolles Wort geschrieben Wieso kommt da keiner? Ich hab jetzt ne Bombe Wo sind die Schlinge? Ich werde auf B legen Leute Ich muss mit der Bombe nach B Warum haben wir dich halt mit dem Fass auf die Bombensohn? Ich plante Oh wo bist du denn englisch Bromund? Railgun klingt auch nicht so Ah Stirb Oh geil ich hab's dann Wieso kann man denn nicht in der First Person Sicht bleiben? Nein 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 Du musst genau auf das X legen Du musst genau auf dieses Ding legen Da steht dann sogar Bombside dran Nein Jetzt stirb endlich Boah Bombe Ich schiebe mal die Falschen Ich schiebe mal die Falschen Mein Ball, mein Ball Nein Nachladen Nein Was ist das denn für ne Wache Dieses lila Ding Das ist geil Nein Schon wieder nachladen Au Crap Das ist hieß Boah Das ist Lightshade Leut Leut Machen wir ihn fertig Es wird eblig Helft ihm Helft ihm παri � Layle So ein lila Stengel ist so sehr schön Du hast einen lila Stengel Der guile lila Stengel Der guile lila Stengel Wer kennt ihn denn nicht ören Was machst du hier Ruhe Aua Was ist das denn bitte für ne Waffe يد Was ist das für nen Drabstein relies wo ist jeder bombe c4 gibt es also noch mal extra ich planete die bombe aber einer von euch hat es hat immer ein spieler woran sieht man auf der 5 wenn ihr mit dem mausrad durchgehst auf der 5 ich hab's nicht lol alter was ist das denn hier irgendwie habe ich was ganz anders guck mal jetzt gleich in der base ob ihr das c4 auf der 5 habt ich hab's nicht ja ich hab die pack heißt das ja du hast die bombe ja damit musst du nach a oder b wie ist er wie hast du denn grappling hook du musst die bombe legen wer ist denn da unfähig den umzubringen der vita mit der awp wieder mit der bombe er ist voll der assassin mit seinen fern und seinem video ja kaputzer turn around ich wurde gebärreht oh sie haben mich erwischt haben wir wieder wo bist du wir brauchen noch die bombe wenn ich das wüsste ich kenne doch die map nicht dann komm zurück zur base ja als ob ich die finden nur wo bist du hin du hast gerade an mir verfolgt ganz schattisch im auge los schnappt euch vita nein man scheiße ich dachte ich krieg dich nein ich muss ein bisschen laufen ich muss leben regenerate and crabs hier steht ein b ich lauf in Richtung da wo b steht ja dann lauf in Richtung b und dann steht da irgendwo bombenzern da musst du drauflegen ach wie dämlich dann lass uns b gehen ja rechts rum rechts rum rechts rum wieder und dann auf den platz ich bin unterwegs ich bin unterwegs wieder ah ich glaube ich weiß wer ist da ane na kommt action da wer wird das schnappuliert werden ich hab sie beschissene waffen wieder bist du an b vorbei gerannt oh zu viert müssen sie da kommen da hier wer ist verletzt der muss stehen lightshade crabs und alle sind auf b jetzt gerade und wo ist unsere bombe ah wo ist da jetzt unsere bombe wo ist shady alle sind alles auf hier nein vita suchen wir gerade wo ist da lu ich muss mal wieder schauen wo wieder gerade rumläuft oh god ich muss mal wieder schauen wo wieder gerade rumläuft wieder wo rennst du hin du warst doch schon da du bist jetzt in deiner base nein ich war tot dann sag das doch was sag das doch was hab ich doch sag das doch ah 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 ach kaputt na kommst dich hoch dicke na warte ane bleib dir das ding ane ich spinn ich komm weg sehr schön verteidigen oh ne ich bin am kacken ah ane wo wurde gelegt bei b ok die kann ich entschärfen gar nicht lass los hat kein sinn man kann hier surfen defusing 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 das stinkt du arsch wow ich hab's überlegt wo ist noch wer von mir wer hat jetzt die bombe weiss ich nicht aber ich hab euch nicht ah ich hab wieder die bombe ich hab's hier ausgewählt ich hab's hier gekauft der grappling hook ist voll witzig da nicht nein das ist die detonation bombe ist nicht die bombe haha ich weiß ja nicht die detonation bombe kannst du überall legen die hab ich auch wer ist da noch rvp ja so ähnlich aus dem rifle da ist doch wieder der grand singer verstehe auf euch wooo wooo in der wahre kämpfer ey wieder ooooh was ich hab ein night trade boah alter ich brauch andere Waffen das ist doch voll kacke hier aber hier hat der score hochgekämpft hier ha jetzt auch das ist der neue da ist alle wieder auf süß das ist mein neues CSGO Leute ihr wird eskaliert nein wir haben hier randoms wieder ich hab wieder das passwort vergessen nooo nooo und alle krieg nooo wie heißt der typ hat CP ja leute wenn ihr das hört ne ne ihr seid ja ihr seid Assis wo ist Assis wo ist Assis wo ist Vita wo ist Vita ich war tot bin am spawnen oh nein oh nein wer ist das hier uuuuuh jones 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 ich wollte dich wegfallen so und hier soll was ist jetzt hier ein X oder was ja am Brunnen rechts neben dem Brunnen rechts neben dem Brunnen rechts neben dem Brunnen ist das X eine klasse also ein dicker Punkt ist hier ja und da muss die Bombe drauf legen ja da macht er wieder die Fliege gleich ja ich glaub du machst die was hast du für ein Waffe das ist ein Klassiker ha ha der Klassiker kompeli 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 oh Nils wa bam Junge jones 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 ja das ist ja auch ne Spezialfähigkeit kannst du auswählen hinterher linke Maustaste gedrückt halten komm schon dann schieße mit der Bombe in der Hand meine Spitz kümmer dich dann wieder Ah, jemand hat die Bombe noch mehr geworfen! Plente die Bombe! Ja, ich plente die doch die ganze Zeit immer und immer wieder! Nein, noch nie! Einmal wurde die Bombe gelegt! Immer und immer wieder! Und es ist nicht diese Bombe, die du in der ersten Reihe hast, sondern auf der 5! Der wie ist die Bombe! Ach so, ja, dann plente ich die mal! Und so jemand ist bester Mann in eurem Team, ey! Und dann, hä? Ne, dann... Dann hab ich keinen, keine Ahnung! Hab ein anderer bei 5! Hab ein anderer auf der 5, die Bombe! Warte, nicht gleich wieder nachwenden kannst du sagen! I don't know! Ne! Einmal hattest du sie ja, Anne! Ja, hab ich! Und da hab ich sie geplantet! Aber ich kann boxen auf der 5! Das kann ich auch! Ohhhh! Und voll weit weg! Keine Chance! Hat er auch mal einen Kill gekriegt! Ich will uns nicht mehr werden! Oh, ich bin uns nicht mehr! Jetzt hab ich dich weggehuckt! Nein! 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 Was? Hey Vita, so geht das nicht hier! Hier werden keine Leute getötet! Oh, dieses Unsichtbarkeitsding ist supergeil! Nein! Ey, bleib stehen! Ich hatte grad die Bombe! Oh, der Feature! Oh, der Feature! OP! Da muss immer... Wo? Ich hab sie auf A geplantet! Aber nach A, Jens! Leute, los, los, los! Oh, geil! Die Bombe wird mir ja angezeigt! Nein! Ja! Julia, lass die Bombe da! Oh! Defused! Defused! Grunt! Grunt! Ich bin auch am Top an der Bombe! Der Vita steht da! Der Schlingel! Defused! Tötet Vita, wo? Oh! Zur Bombe, man verteidigt das Ei! Boah, Vita ist euer bester Mann, ey! Ja, wie bei Counter-Strike Go! Warum lachst du? Seid ihr noch am Ei? Ja, Mann! Yes! Schnapp ihn! Schnapp ihn! Schnapp ihn! Schnapp ihn! Mensch, du kriegst die auf die Schnauze, Yen! Aaaaaaah! Yeah! Wuuu! Ihr Loser, ey! Loser! Wir haben sechs Runden gebraucht, bis wir's mit der Bombe verstanden haben! Yay! Jetzt haben sie ja keine Chance mehr! Wer hat die Bombe? Will jeder direkt nachgucken! Stimmt, Vita! Ja, hab ich nicht! Grunt, komm, wir streiten uns um den ersten Plan! Mir auch egal, ich bin einfach nur Grunt! Erstmal will ich... Ja, dann dreh dich mal lieber um, Vita! Jeder kann die Bombe planten! Was machst du da? Ich weiß nicht, mein Skill heißt Blink, aber er scheint nur scheiße zu machen! Du hast geblinzelt! Nein, wenn du ihn reaktivierst, dann kannst du laufen, und wenn du nochmal all drückst, dann wirst du zurückgeblinkt! Oh Gott, oh Gott! Hast du gehört, Vita? Ja, ja! Die Bombe liegt, Leute! Die Bombe liegt! Die Bombe liegt! Die Bombe liegt! Die Bombe liegt! Das ist keiner! Shady! Ja, warte! Yes! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Wie heißt denn dieses Unsichtbarbe? Invisibility! Ne, Light Bending! Light Bending! Light Bending, ja! Leute, jeder kann die Bombe legen! Nur mal so als Tipp! Also ich hab die eben nur manchmal auf der 5! Ne, jeder kann die! Du musst nur auf den Spot stehen und dann das Waffenrad durchgehen! Dann kommt die automatisch! Stimmt, dann steht der Detonation Pack! Cheat! Dann kommt die automatisch! Du musst nur auf dem Spot stehen! Ja, ich weiß! Jeder hat die! BOOM! Ahhhh! Die Chino-Musik! Warum John... ... hat den machte! Das hat er gemacht! Schild ist... ... hat keine Wirkung gegen dich! Den Tieter da an! Den Tieter da an! Den Tieter da an! Die Bombe liegt! Er ist weg! Ahhhh! Ahhhh! Das war... Ahhhh! 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 Die Bombe liegt, mein Freund! Ne? Oh shit, ich auch! Wir haben schon ein Schild geguckt! Sollte ich dann lieber mal die Views sagen? Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Schild bringt doch nichts! Ich glaube, Barry on the Stick wird das verhindern! Ahhhh! Das ist ja voll unfällig! Ahhhh! Wie machst du das denn? Die geht hoch! Die geht hoch! Die geht hoch! Die geht hoch! Warteihe durch die Base hier! Ah komm jetzt, Leute! Wir müssen uns ein bisschen zusammenraschen! Ich will am Kiel mitnehmen! Da ist er! Da ist er! Du... Dauer! Mann ey! Ich war grad am Kaufen! Jaaa! Ich reihe das Spiel nicht! Wieso eine Bombe legen und entschärfen jetzt? Wie Counter-Strike? Ich spiel ja keinen Counter-Strike! Ein Team legt die Bombe und das andere ist dagegen! Alter, was hat das denn? Wie hieß das denn? On a Stick oder wie hieß das? Hallo, ich möchte gerade meine Waffe zeigen! Wo bist du? Ich bin auf B! B! Und B! 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 Ich hab mal 100! B! 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 V! B! 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 Oh, Anne ist mega weggejumpt. Da defused einer! Anne! Es ist unmöglich. Man kann da nichts gegen machen. Wie heißt die fette Waffe, die du da hast? Wir gewinnen zwar, aber ich find's gerade ziemlich blöd, dass ich auf die schießen kann, wie ich will und die einfach nicht sterben. Das ist ein lustiges Witzspiel. Das muss noch nicht funktionieren. Da muss man nicht sterben. Wie fährt unten witzig da? Wir machen bis zwölf. Zwölf Runden. Gut, dann hab ich ja noch Zeit, Rants einzuholen. Nee, nee, dat wird nix mehr heut. Da ist doch schon wieder mein erstes Rant war. Das sieht Nils, ey, du Sack! Oh, 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 oh! Wo ist der da lauter? Ich hab mir jetzt mein Rant-Page. Da hab ich mich gedicht, ey. Da hab ich mir gedacht, nee, machen wir nicht. Und jetzt geb ich dir den finalen Schlag, ey. Du musst mal was ausprobieren. Wie bist du einer? Alter, wieso krieg ich denn dich nicht mit dem Wind gehauen? Schön. Ja, schon wieder! Schaffte! Ey! Ey, Shady! Was ist das? Nein! Oh, hast du Glück gehabt? Ich weiß nicht wie das geht. Mit E defuse war die Bombe. Das kommt ganz kurz und dann geht zum Umfeld wieder. Du musst du gedrückt halten. Nils hatte doch einmal schon die Bombe entschärft. Ja. Ehe gedrückt erhalten? Ja, das lag allerdings daran, dass ich... Was ist das? Was ist das? Glaub, mit solchen Waffen auch von hinten gucken geht das nicht. Ach so, scheiße. Wenn was geht das nicht? Wenn du eine Nahrkampfwaffe quasi hast. Wenn du eine Nahrkampfwaffe quasi hast. Ach ne, nicht schon wieder die Waffe, fuck. Der Railgun ist King. Sicher nur ein Plan ist sogar Deutsch. Bei mir Englisch. Bei mir ist Deutsch. Ja, es ist Bad Aiming hier. Ich dir gleich Bad Aiming. Ja, komm, der wird gemessert. Boom! Da ist die Kugel und dann Schockers hin. Da mischen sich Leute ein. Da bist du tot. So, nicht Vita! Bin doch ich? Wie viel noch? Oha! Wir werden gerufen. Boom! Und wie kriegt man jetzt die Bombe auf den Platz? Nein, da hab ich ihn doch noch. Einfach hingehen und dann auf die 45. Ah, da kommt doch wieder Quirt! Die Buse. Na, ich kämpfe hier lieber gegen Vita, ey. Das macht mehr Spaß. Du bist so ein Limmel. Oh, ich habe beide gestunt. Wie geht das denn? Weiß ich auch nicht. Hey, wer ist das denn? Good Gaming, hau mal ab. Ja, weißt du? Zwei Schüsse aus dem... Scheiße! Red Barrel! Red Barrel! Oh nein! Wenn die Bombe jetzt hochgeht, das letzte Runde... Ich hab doch keine Munition mehr, weil ich schon zu viele Leute vor mir haben gebracht hab! Der Tryhard hat zugeschmacht. Der Tryharder! Es wär lustiger, wenn's Deathmatch wär einfach nur. Nee, ich find's so eigentlich ganz gut, aber als CT muss halt zur Bombe halt gehen. Letzte Runde jetzt! Woohoo! Terroristen gewinnen! Immer! Ja, auf der Welt ist es wirklich... Last Round! Last Round! Ich find, es gibt es kaum... Ich find halt, in dem Modus gibt's bestimmt geile Items, wenn du... Manche sind nutzlos, aber manche find ich saugeil. Ich find die Red Barrel zum Beispiel geil, wenn einer die Bombe entschärft und dann halt... Ja, klar. Und so andere Bieter. Juhu! Das ist ne ganz normale AK! Ja, aber warum ist die so viel geiler als meiner? Weil ich vielleicht besser treffe oder so... Ja, natürlich! Ohhhhh! Oooooooh! Ihr werdet getisst... Da wird getisst! Da defust, einer! Ja, wir werdet defust! Gib das jetzt! Willst du, hilft mir denn keiner! Ich hab dir doch geholfen, da stehen sieben Leute um mich rum aus meinem Team. Hör auf zu defusen, Julia! Ich defuse doch gar nicht! Das war ich! Los, der ist doch nicht mehr viel! Das Ding ist scharf! Der Muller ist scharf da! Lassen wir es erstmal sein, ich find's ganz lustig. Ja, lustig ist es allemal. Bis zum nächsten Mal! Haut rein Leute! Ciao!